so liebe zuschauer ich werde jetzt gleich mit dem hund rausgehen lulu machen und ich werde die ghost tube app laufen lassen die ghost tube app ist so ungefähr so zuverlässig wie diese cobra m5 app die ich auch habe ja das sind diese apps die wirklich sagen dass es wirklich hier geister gibt ja ich werde jetzt das handy hier laufen lassen es ist 9 uhr 38 und jetzt gehe ich mit dem hund raus der geht immer seine regelmäßigen zeiten raus und ich werde jetzt die kamera ranzoomen direkt auf das handy ja so dass jeder ja sehen kann wenn ich nicht da bin was passieren tut ja ich habe das handy auf ein stativ gemacht um ja dass es nicht wieder um kippt gestern war ich nicht dran schuld ich habe zwar hier herumgewiedelt ja so sagt man aber der geist hat das selber umgeschmissen ja und das kenne ich ja nicht anders so ich packe das mikrofon dahin und lass das jetzt laufen geht es eine kamera und stelle den zoom ran aber ich mache diese 800 watt lampe aus mehr geht das ja das geht so dann lassen wir jetzt in voll hd und 25 bilder der sekunde die kamera laufen ja während ich nach draußen gehe mit dem hund wo ist denn mein schlüssel ich denn hier nach da so dickerchen kommen wir gehen jetzt mal nur noch wenn ein geist hier ist der möge er bitte jetzt sprechen du wirst angehört und 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 ein Dämon Seil Dämon Ich bin nah Himmel 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Blau ... 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 das war jetzt der test wo ich jetzt mit den hund rausgegangen bin um euch zu zeigen was hier noch fakt ist wenn die ghost tube app was anzeigt im thema mit wörtern bitte liebe leute drüber nachdenken ob ihr nicht doch geister hat wichtig ist darauf zu achten entweder bewegt sich ein glas oder es fällt mal was runter von regal oder das ganze regal oder man hört auch abends schritte innerhalb der wohnung oder innerhalb des hauses denn drüber nachdenken ich weiß jetzt nicht was diese groß tube app in der zeit ja was hier passiert ist ich bin selber gespannt darauf was sie los ist das ist die meiste aktivität bei mir am frühen morgen